Wenn ihr das hört, trinkt einen Flugwasser. Danke! Ja, und die werden jetzt hier sich aufmachen zum Praxisübungsplatz und werden da gleich mal ein bisschen abliefern. Da schauen wir natürlich gleich mal rein. Wir hatten beim letzten Mal auch noch eine Klinik gebaut, was sehr, sehr nice war. Ähm, genau, da werden die jetzt nämlich hier geheilt. Da gehen die hier rein. Orlando drückt hier ein paar Knöpfe und dann zack, zack, zack. Hahaha, what the heck? Okay, aber wir wollen natürlich sehen, wie die hier erstmal fighten. So, jetzt treffen die sich ja alle. Das ist ja auch schon der Dozent. Uh, der hat momentan ein F. Ist der Studiengang eigentlich schwer? Mittel, okay. Schauen wir mal her. Vorlesungen im Studiengang Rittersportwissenschaften mit Note B+. Ja, die wollen alle Nachhilfe haben. Ja, ich verstehe. So, wir werden mal das Rednerpult upgraden. So, da kommt der Dozent. So, Leute, dann darf es losgehen. Auf geht's. So, zieht eure Schwerter. Und dann geht's los. Zack. Hahaha. Jawohl, war schon mal ein guter Schlag. Und guck mal, hier, so macht man was. Der eine muss schon den, natürlich hier den nehmen. Jawohl, der Dozent, der zeigt dir mal richtig, wie... Uiuiui, richtig durchdäucht. Alles klar. So, nämlich. Auf geht's. Und den ist hier ein bisschen zu warm. Logisch. Hier ist es ja auch ordentlich warm. Aber die Feuerschalen sehen nun mal geil aus. Was soll ich machen? Oh ja, aber hier ist es ja viel zu warm. Ei, ei, ei. Nee, die müssen wir sellen. Ist ja so schon viel zu warm. Fällen, sag ich. Die müssen wir verkaufen. Bringt die Hitze. Dein Campus ist ein wahrer Triumph. Hurra, aber wie schlägst du dich gegen die raubeinigen Ritter von Noblestead? Das werden wir ja sehen. Ähm... Invasion und Security. Dein Campus kann zum Angriffsziel bösartiger Verschwörer oder von Rittern mit edlen Absichten werden. In Security, qualifizierte Hausmeister entfernen, unliebsame Besucher aller Art, ohne große Physi-Maten... Das Wort kenne ich nicht. Äh... Und mit minimalen Wasserschaden. Okay, ich würde jetzt hier erstmal kurz Pause machen, denn ich möchte mal kurz gucken, wo man hier eventuell die Temperatur sehen kann. Hier nämlich. Temperatur ist hier vollkommen okay. Warum rastet die Temperatur denn hier so aus? Hier außen. Verstehe ich nicht. Okay, aber egal. Ähm... Haben wir denn noch einen Kredit? Das ist erstmal meine erste Frage. Ja, haben wir. Okay. Dafür brauchen wir erst eine höhere Campus-Stufe. Alright. Durchschnittsnote ist noch F. Und deswegen brauchen wir definitiv erstmal ein Nachhilfezimmer. Inspirieren zu sein. So. Obwohl das wäre dumm, das hier hinzubauen. Weil hier glaube ich nämlich... die besser hinpassen, beziehungsweise mehr nebeneinander auch. So. Wie kommt die Jugend von heute darauf, vom stillen Örtchen aus eine komplette Radiosendung auf die Beine stellen zu wollen? Welch Anmaßung! Voller musste man sich jahrelang abrackern? Wie viele Sensors habe ich geschmiert? Wie oft den Sendemast poliert, ehe ich überhaupt auch nur ein Mikrofon berühren durfte? Diese löserlichen kleinen Autodidakten glaubt wohl, es braucht nicht mehr als Talent, Charme und technologisches Know-how. Alright. Machen wir das mal schick hier. Weil der Mülleimer hier mehr Sinn macht. Dann können wir hier hinten ein Pflänzchen hinstellen. So. Nur zu einem Büro gehört natürlich immer. Obwohl, bringt hier irgendwas Lernvermögen? Ja, das hier brachte Lernvermögen, genau. Machen wir mal hier ein Bücherregal hinbauen. Und die Tafel bringt auch Lernvermögen. Dann werden wir die hier nochmal ran machen. Schöner Teppich. Und dann sind wir Stufe 3. Können wir an die Wand noch ein paar Bildchen machen. Und dann sollten wir, glaube ich, Stufe 4 auf jeden Fall erreichen können. So. Welches Bild hat man hier dran? Alright. Gut. So. Und. Ja. Dann brauchen wir natürlich noch einen Dozenten, der hier drin ist. Jawohl. Der ist sehr gut. Beziehungsweise sie, weil es selbst der Hausmeister hat. Was macht der Hausmeister hier? Zack, zack, zack. Was macht der da? Eindringling. Ach, der zerstört das. Der zerstört das schon. Wir brauchen schon Security. Okay. Ähm. So, dann können wir den gleich mal hier hin machen. Du bist hier bitte dafür da, dass hier die Leute rausgehalten werden. Zack, da wird jetzt besiegt. Let's go. Let the fight begin. Und. Wasserpistole. Bam. Aber da gibt's aufs Maul. Und dann wird der auch in die Flucht geschlagen. So, du machst Nachhilfe und Forschung. Dafür bist du da. Den Müll, den ihr... Oh, das war ich. Zack. So. Den ersten Ritter schon mal in die Flucht geschlagen. Zack. So, da ist der Zweite. Bleiben Sie stehen. Und fight. So, der kümmert sich jetzt darum. Wie bescheuert ist das? Wir brauchen definitiv noch einen dritten Hausmeister. Der hier auch mal ein paar Sachen flinker reparieren kann. Goodie. Und dann können wir ja gucken, ob wir ein paar Sachen upgraden können. Wo ist denn unser... Können wir die Sachen hier upgraden? Geht theoretisch. Brauchen wir aber erstmal eine Forschung. Die müssten wir dann erstmal bauen. Auch das können wir upgraden. Sehr schön. Okay. Das können wir aber nicht upgraden. Alrighty. Können wir die Betten upgraden? Können wir auch nicht upgraden. Hätte ja sein können. Gut. Dann schauen wir mal. Wir haben nicht so einen krassen Gewinn. Wir müssen tatsächlich erstmal mit Krediten arbeiten. So, dann würde ich nämlich erstmal ein Forschungslabor bauen. Für die ordinäre Jugend von heute mag das ansprechend sein. Für die ordinäre Jugend von heute mag das ansprechend sein. Für die Schuhe ja nicht bestehen. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Deswegen lernen, 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 Geist. Warum sind die denn so scheiße? Ähm, wo sind denn die Studierenden? Hier. Studierende werden an zwei Orten gleichzeitlich zu sein. Aber unser Dozent war doch gar nicht so schlecht, oder? War nicht unser Dozent sogar relativ gut? Finde ich jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken. Hier, Felix Hinternmeier hatten wir doch. Da hatte doch eins, also. Naja. Invasionen. Du hast meine Ritter ziemlich elegant bezwungen. Leider. Was soll's. Sie freuen sich schon auf das nächste Mal. Okay. Je erfolgreicher der Campus wird, desto schwerer wird es, unsere Rivalen fallen, unsere Pläne zu sabotieren. Notieren. Ah, okay. Stelle Hausmeister mit einer Ausbildung in Sicherheit ein und bilde sie weiter, um schwierigere Invasionen abzuwerden, wenn sich unsere Campusstufe erhöht. Okay, dafür kriege ich dann auch Geld. Das ist sehr gut. Und dann bauen wir erstmal ein Weiterbildungszimmer. Ganz, ganz wichtig, damit wir die dann wirklich auch weiterbilden können. Ähm. Wie groß muss das Zimmer sein? Hier mal vier. Okay, dann bauen wir das mal so. Dann machen wir hier so einen Gang hin. Ja, dann können wir hier nämlich noch ein Nachhilfezimmer ran machen. So. Dann machen wir hier das Weiterbildungsding. Okay. Gibt es hier irgendwas, was das Ganze verbessert? Ne, ne. Wir können nur die Raumstufe einfach nochmal erhöhen. Würde ich sagen, machen wir die Raumstufe einfach auf drei zumindest. So, 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 so. Ein Lämmchen hier hin. Ein schickes Bild. Ja, können wir sogar auf vier machen. Können wir sogar auf vier machen. Das sollten wir easy hinkriegen. Während ich hier schon wieder... Ach, ne, die ziehen hier einfach ihre Schwerter. Ich dachte schon, dass sie dann ein Eindringen liegen. Mein Gott. Haben wir hier noch andere Sachen? Hier können wir keine anderen Bilder hinhängen. Wir können nur das Bild da hinhängen. Machen wir mal das Bild hier zur Seite. Das Anschlag brett hier hin. Und dann sind wir Stufe vier. Haben wir wenigstens ein Weiterbildungszimmer. Und dann bilden wir gleich mal unseren... ...Security-Mann aus. Let's go. Damit der hier besser wird. Gut. Nachhilfezimmer wird noch nicht besucht. Warum auch immer. Habe ich noch kein Personalzimmer? Oh. Shit. Ich habe ja noch gar nichts. Ich habe ja noch gar nichts. Das kann theoretisch hier hinten rein. So. Das würde ich gleich noch mal ein bisschen größer bauen. So. Und dann würde ich hier hin bauen. Okay. Wofür ist die Couch nochmal da? An sich kann man hier nicht so viel machen. Machen wir hier nochmal einen Tisch. So. Mülleimer. Ein Anschlagbrett. Desinfektionsspender. Mülleimer. Hier rechts in die Ecke kommt eine Pflanze. Machen wir mal viereckig. So. Hier hinten können wir... ...unst mal ein bisschen... ...ein bisschen die Wut auslassen über die Studenten. Da kann man ein bisschen geboxt werden. Und... ...dann können wir auch noch ein Lämpchen hinbauen. Hier in die Ecke vielleicht. Neben dem Fernseher. Und dann hier nochmal eine kleine... ...zwei Sessel hin. So. Und dann vielleicht nochmal was in die Mitte. Hier nochmal so ein Tisch davor. Okay. Auf Level 8 kommen wir definitiv. Was kann man hier noch hinbauen? Dartscheibe haben wir noch nicht. Kann hier hin. So. Und dann haben wir es fast. Machen wir noch einen schönen Teppich. Den kaufen wir mal noch. Können wir uns noch die Farbe sogar auswählen. Oh ja. Schönes Pink. Herrlich. So. Hier drunter noch ein Teppich. Und hier drunter noch ein Teppich. Und dann sind wir Stufe 8. Let's go. Goodie. Sehr schön. Und unser Hausmeister wird weitergebildet in Security. Und dann hat er auch ein besseres Level. Der offizielle Regierungsdokumente als Taschentuch missbraucht haben soll. Für mich steht zweifelsfrei fest, dass eine Gruppe Studenten die Bilder manipuliert oder gefälscht hat. Und dann wird er nämlich besser und dann kann der bessere Gegner in die Flucht schlagen. Das ist natürlich auch ein Feature, was so what the fuck einfach noch. Okay. Heile medizinische Probleme. Attraktivität. Jetzt sind wir auch in der Note auf C gestiegen, was sehr gut ist. Die sind hier noch immer am Üben. Ah ne, das ist die andere Gruppe. Oder? Ja. Eieiei, die sind ja hier richtig schlecht gewesen. Okay. Ja, schauen wir mal. Ob die sich noch verbessern. Wunsch nach romantischen Filmen. Joa, können wir gerne machen. Zack. Wir können auch mal eine Studierendenparty machen. Den Bücherwurm, den finden wir natürlich noch. Neues Event starten. Machen wir mal hier mal ein bisschen. Da kriegen wir nämlich hier Zufriedenheit. Die Helium-Burns. Planen wir mal. Let's go. Dann steigt ein bisschen die Zufriedenheit auch noch. Gut. Was mussten wir noch bauen? Was hatte ich noch gesagt? Die nehmen halt das Nachhilfezimmer noch gar nicht so wirklich wahr. Hausmeister haben wir glaube ich erstmal genug. Dann werde ich noch. Was haben wir hier noch für Zimmer? Personalzimmer habe ich. Weiterbildungszimmer. Forschungslabor brauche ich dann noch. Aber wie gesagt, wir sind momentan halt... Jetzt müssen wir halt erstmal ein bisschen schneller voranschreiten. Weil jetzt können wir erstmal nichts bauen. Müssen erstmal aus den Schulden rauskommen. Nächstes Schuljahr anfangen. So, der hier ist jetzt fertig. Was ich aber noch machen werde. Definitiv, weil wir ihn sowieso brauchen. Neun Dozenten. So. Neun Dozenten. Der macht nur Lehre. Und der kann sich bitte gleich mal weiterbilden. Hier ist er. Aaron reichlich. Zack. Damit wir immer schön die Leute weiterbilden. Aaron, wo willst du hin? Abmarsch. Jawohl, weiterbilden. Und hier geht die Party los. Ne, wenn es so weiter geht, sind wir aber bald pleiter. Schauen wir mal die Helium Boons. Im Vorlesungssaal läuft ein romantischer Film. Aber muss man echt außerhalb der Dings machen, ne? Obwohl, die gehen jetzt da rein. Ich würde wieder den Zuhörer in den Mittelpunkt stellen. Ich bin ihr Kummerkasten. Was auf jeden Fall auch noch geil wäre, wäre ein Club. Ich würde wieder den Schnellläufer-Club machen. Obwohl, was bringt der Buch-Club nochmal? Clubmitglieder lernen schneller. Boah, nehmen wir erstmal den. Nehmen wir erstmal den Club. So, der kommt hier hin. Und dann brauchen wir aber auch dieses Stufe 1 Ding. Ja, weil hier Stufe 1 bis 3. Das brauchen die dann nämlich. Ja, das steht hier aber schön scheiße. Hier kann noch ein Raum hin. Hier kann theoretisch auch noch ein Raum hin. Hm, wo stellen wir das hin? Da können wir theoretisch auch noch draußen stellen. Wenn die das hier unbedingt haben wollen, dann kann das hier auch draußen hin. Kann hier hin in die Ecke. Zack, so. Dann brauchen wir aber noch einen Assistenten, ne? Für den Mitgliedsstand. Schauen wir mal, ob wir da noch einen Assistenten reinkriegen. Macht Menschen glücklich. Und hier Zufriedenheit nochmal boost. Also der ist eigentlich am besten. Der Thomas Hosen. So, du machst bitte nur... ...den Rekrutierungsstand. Dafür bist du zuständig. Diese Faust. Junge, was ist das für ein cringes Grinsen? Junge, Junge, Junge. Das ist hier schon wieder... Gut, die sind jetzt hier fertig. Die haben hier durchdolcht und so weiter. Der König sieht auch nice aus. Okay. Joa, der ist hier am Weiterbilden. Der hält hier gerade eine Vorlesung. Sehr schön. Jawollo, genau so soll es sein. Werden sich dann natürlich auch nochmal weiterbilden. Ich werde dann hier ein bisschen auf Weiterbildung und so weiter gehen. Was haben wir denn noch hier rechts? Also Vorlesungen sollen wir mit B plus schaffen. Eindringlinge entfernen. Und medizinische Probleme. Gut, die kommen nach und nach. Da kann ich jetzt nichts beeinflussen. Wir schauen mal noch, was ich noch bauen könnte. Und spulen mal ein bisschen schneller vor. Weil wir jetzt einfach Geld brauchen. Campus Stufe 7. Sehr schön. Badezimmer, Duschraum haben wir alles. Klinik, Personalzimmer. Forschungslabor brauchen wir zum Beispiel. Computerraum brauchen wir erstmal nicht. Das sind ja für die ganzen Plätze, die wir dann da haben. Minus 6000 ist nicht gut. Aber wie gesagt, wir bezahlen ja auch noch unsere Schulden zurück. So, der hat seine Weiterbildung fertig. Das heißt, wir können den gleich nochmal reinschicken eigentlich. Aber wir haben nicht genug Geld zum Weiterbilden. Der macht gerade noch seine Vorlesungen. Das wäre doof. Wen haben wir denn noch? Hier, Erste Hilfe könnte man theoretisch noch machen. Oder die Bibliotheksverwalterin. Könnte sich auch noch verbessern. Das würde dann nochmal einen Lernboost geben. Machen wir das mal. Dann kann die sich erstmal weiterbilden. Ah, wir brauchen halt jemanden, der in der Zeit übernimmt. Können wir aber nicht machen. Ja. Ja, ist ein bisschen doof. Probleme mit Rost erwartet er. Okay. Eigentlich müssten ja jetzt hier die Fackeln ausgehen, wenn es hier so regnet. Macht der da? Also wir brauchen erstmal Geld. Aber die Noten gehen hoch. Wir sind schon bei B. Das ist sehr gut. Das freut mich. Das heißt, das läuft dann auch erstmal. Dass wir natürlich jetzt im Minus machen und auch im Minus sind, das ist natürlich nicht so gut. Aber wie gesagt, wir nehmen ja dann weitere Studenten auf. Dann sollte das erstmal funktionieren. So, dann haben wir erstmal 10.000 bekommen. Können wir das Objekt auch platzieren. So, machen wir hier gleich mal zwei nebeneinander. So, zack. Bücherwurm bringt uns sogar Kudosch. Nice. Okay. Alright. Gut, die ist jetzt am weiterbilden. Da kann jetzt halt keiner in die Bibliothek. Dann ist es halt so. Aber Weiterbildung geht einfach mal vor. Und dann können wir gleich den nächsten weiterbilden lassen. Da war auch gerade einer bei der Nachhilfe. Sehr schön. So, dann nehmen wir dann nämlich... Läuft das jetzt weiter? Ne. Da können wir jetzt nämlich hier Felix Hinternmeier nehmen. Und den zur Weiterbildung schicken. Solange wir das Geld haben. So, Belohnungen für Weiterbildung kriegen wir noch. Nice. Da gönnen wir uns ein paar Kudosch. Sehr schön. Was haben wir denn hier oben gehabt? Was ist das? Weiterbildungspunkte? Oder was ist das? Wahrscheinlich. Okay. Na, das läuft doch erstmal... Läuft erstmal ganz okay. Außer der finanzielle Aspekt. Eieie. Ich habe da echt viele Ausgaben. Holy shit. Aber halt der Buchclub. Wie viele sind da jetzt schon angemeldet? 15 Mitglieder. Das ist sehr schön. Ja, da sind alle angemeldet. Das heißt, alle lernen dann halt auch schneller. Der müsste jetzt hier auch... Ja, hier ist Buchclub. Das heißt, der lernt dann auch schneller. Ausbildung wählen. Personal Weiterbildung. Nee. Wollte ich doch jetzt gar nicht da hin. What the fuck? Na, guck mal. Hier seht ihr schon. Ja, C+. Sehr gut. Okay, also die werden definitiv besser. So, jetzt haben wir wieder eine Inversion. Das heißt, hier sind wieder irgendwo böse, die jetzt hier... ...uns angreifen. Die sehen wir aber nicht. Schauen wir mal, wo die sind. Die müssen ja irgendwo irgendwas kaputt machen. Hier ist einer, ne? Ja. Stufe 3. Ach, du Scheiße. Hoffentlich schafft er das. Weil unser Hausmeister ist ja nur Stufe 2. So, den muss er jetzt... Den muss er jetzt hops nehmen. Wo ist unser Hausmeister? Da ist er. Duell. Let's go. Du willst dich mit mir duellieren? Komm her. Ich hol meine Wasserpistole. Und... Pew, pew, pew. Und der denkt sich so... Jo, warum dem helfen? Alter, was macht ihr hier für ein Scheiß? Ich muss es wieder nachher wegräumen. Ach ja, schön. Aber der kümmert sich da drum. Gut. Der gibt sich geschlagen. Sehr schön. Okay. Minus 12.000 haben wir schon. Aber das legt sich. Das legt sich. Ziemlich elegant bezwungen. Easy. Gut. Dadurch kriegen wir nochmal Geld. Und... Damit sind wir dann auch nicht mehr ganz so weit im Minus. So, Liebesbank kann ich momentan noch nicht kaufen. Ist noch zu teuer. Wie sieht es mit den Krediten aus? Naja, okay. Ungefähr die Hälfte. Also, naja. Immer noch mehr als die Hälfte. Jetzt sind wir am Plus. Jetzt können wir die Liebesbank kaufen. Let's go. So schnell wie möglich. So, Liebesbank machen wir mal hier. Ach nee, das haben wir ja noch gar nicht. Das Grundstück haben wir ja noch gar nicht. Wo die Liebesbank muss ein bisschen verdeckter sein. Und die machen wir mal hier hinten hin. In so eine Tuschel-Ecke. Da können sie sich dann... Gerne lieben, wenn sie das wollen. Ich frage mich immer noch, wozu wir das hier brauchen. Was das halt für... Ob die sich hier weiterbilden können oder was auch immer. Aber auf jeden Fall lernen sie dadurch schneller. Das ist sehr gut. Und wir sehen schon, die durchschnittlichen akademischen Ergebnisse sind jetzt mittlerweile auf B+. Also, da sind wir vom F weggekommen, was sehr gut ist. Attraktivität können wir noch ein bisschen verbessern. Aber dafür brauchen wir ja, wie gesagt, auch noch Geld. Und Eindringlinge müssen wir... Äh, Eindringlinge müssen wir dann natürlich auch nochmal besiegen. Aber wir werden erstmal das Studiumjahr hier zu Ende bekommen. Oh, und ich sehe gerade, wir können wieder jemanden weiterbilden. Das habe ich vermasselt. Ach ne. Felix Hinternmeier ist immer noch dabei. Der soll sich hier mal weiterbilden, der Boy. Was haben wir denn hier noch? Romantischer Film. Haben wir halt nicht genug Geld für. Räuchten wir erstmal irgendwas. Wir heilen gerade hier medizinische Probleme, was sehr gut ist. Ritterknie. Ritterknie. Dann schauen wir uns mal die Auszeichnungen an. Jawohl. Bestandenrate 100%. Dozent des Jahres. Sehr gut. Kriegen wir nämlich immer noch Geld dafür. Campus des Jahres. Sehr schön. Alright. Nehmen wir an. Für Ritter gibt es keine größere Herausforderung als den Turnierplatz. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich war ich vor vielen Jahren, äh, vor vielen, vielen Monaten selbst einmal Kiosk-Champion. Vielleicht wird es Zeit, dass ich mich mal wieder in den Sattel schwinge. Ich liebe Vorausdeutungen. Hurra. Alright. Und dann habe ich den Turnierplatz freigeschaltet. Den brauchen wir auch für das zweite Studienjahr. Und den würde ich jetzt sogar noch in der Folge bauen. Ähm. Bräuchten wir nur nochmal einen Kredit. 250.000. Dadurch können wir die anderen schon abbezahlen. Ähm. Ja, dann haben wir wenigstens nicht so viele Zinsen. Und dann können wir jetzt den, den Turnierplatz bauen. Den könnten wir theoretisch eigentlich gleich hier dran bauen. Ah ne, der muss 1 Abstand haben. Okay. Wie groß muss denn der sein? 12 mal 8. Ei, ei, ei. So, und. Holy moly, ist der riesig. Da bräuchten wir ja schon fast ein neues Gelände für. Oh ne, machen wir mal hier hin. Und dann. Jetzt sind hier schon zwei Bücher. Und dann brauchen wir natürlich erstmal noch einen Eingang. Eingang. Ist der in der Mitte? Ne, genau. Ich will den Eingang eigentlich nur versetzen. Ne. So. So hier. Dann müsste er in der Mitte sein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Gut. Dann brauchen wir das Zelt. Und. Ja. Machen wir mal anders. Wir bauen mal das Zelt hier hin. Und die Turnierbahn. Bauen wir mal hier hin. Und dann können wir spannende Ritterkämpfe hier sehen. Jawohl. Ach du Scheiße. Das wird ja immer geiler. Okay. Ja, hier können wir noch so einen kleinen Eingang machen. Eine Turniertribüne. Ei, ei, ei. Kingen wir die hier noch hin? Wenn wir denen hier ganz dicht dran bauen. Kingen wir hier noch eine Tribüne hin? Erhöht zumindest die Attraktivität. Na komm, bauen wir das einfach ein bisschen größer. Und dann machen wir das Zelt hier hinten in die Ecke. Und bauen das dann hier hin. So. Die Tribüne dann hier davor. Oder die Trüne können wir ruhig da hinten lassen. Das Zelt sollte ja trotzdem noch daneben passen. Jawohl. Und dann kommt die Bahn hier vor der Tribüne hin. So. Ist das geil. Okay. Dann schaffen wir hier noch ein bisschen Atmosphäre. Bauen hier noch ein paar Viecher hin. So. Nochmal eine Zielscheibe. In die Ecke und in die Ecke. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Ansonsten gehen wir hier viel zu viel aus. Aber das sieht doch schon mal nice aus. Also das gefällt mir. Da würde ich auf jeden Fall auch mal einen Kampf sehen wollen. Ei, 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 ei. Okay. Natürlich verwalten wir erstmal den Studiengang und machen den erstmal auf Stufe. Oder setzen wir den auf die nächste Stufe. Ja, sonst brauchen wir zu viele Sachen. So können wir wenigstens sagen, wir haben halt einfach mehr Studierende und die haben aber den gleichen Studiengang und so weiter. Da müssen wir uns erstmal um nichts anderes kümmern. Dann erhöhen wir das Ganze erstmal auf drei. Studiengebühren können wir theoretisch... Ah, ne, können wir nicht erhöhen. Die Lernkurve steigt die, wenn ich die Studiengebühren niedriger mache? Ne, aber sie sinkt, ne? Ja. Naja, so nehmen wir 20 auf. Alles gut. Änderungen anwenden. Let's go. Und dann bestätigen wir das Ganze. Und dann brauchen wir aber noch einen Kampfplatz. Den können wir aber kopieren einfach. Und hier hin bauen. Und was brauchen wir noch? Einen Dozenten. Einen Dozenten kriegen wir auch noch hin. Der hier kann sogar Forschung. Dann nehmen wir den. Der ist zwar teuer, aber... Mein Gott. So. Wo ist er denn jetzt hin? Ist das der hier gewesen? Ja. Du sollst bitte keine Nachhilfe machen. So. Alrighty. Dann können wir noch jemanden zur Fortbildung schicken. Und zwar unseren guten Aaron reichlich. Let's go. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge, meine Lieben. Wir werden beim nächsten Mal reingucken, wenn wir unser neues Studienjahr starten. Hoffentlich ein bisschen mehr Geld einnehmen. Und ja, dann kommen ja nach und nach mehr Studenten. Das heißt, wir haben dann auch mehr Einkommen und so weiter. Müssen uns dann halt kümmern darum, dass wir auch vielleicht nochmal hier die Fläche kaufen. Damit wir uns hier ein bisschen verbreitern können. Ansonsten sieht es erstmal sehr gut aus. Ich bin zufrieden mit dem, was ich gebaut habe. Hier passen noch einige Sachen rein. Und ansonsten bauen wir dann halt hier drüben weiter. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao. Ciao.